Die Nullstellen der Funktion f von x gleich x hoch 3 minus 3x. Herzlich willkommen bei Mathematik. Aufgabe lautet, berechne die Nullstellen. Ich möchte dir zeigen, wie ich diese Aufgabe lösen würde, und zwar in zwei Steps. Step 1, notiere die notwendige Bedingung. Mache ich immer, schreibe ich auch immer auf. f von x n ist gleich 0. Überall da, wo der Funktionswert 0 liegt, 0 wird, kann eine Nullstelle vorliegen, wenn der entsprechende Wert im Definitionsbereich liegt. Da der Definitionsbereich aber alle reellen Zahlen umfasst, ist jede Lösung dieser Gleichung, also jeder x-Wert, der hier entsteht, gleichzeitig auch eine Nullstelle. Step 2, löse die Gleichung, wir setzen die Funktionsgleichung 0, und indem wir das tun, hauen wir an jedes x ein n ran, denn wir gucken uns ja die Nullstellen an. Das sind ganz präzise Stellen, die benennen wir mit x n. Typ der Gleichung ist eine Gleichung mit x in jedem Summanden. Tool heißt ausklammern. Wir fragen uns immer, welcher Typ liegt vor? Welche Tool können wir anwenden? Typ, Gleichung mit x in jedem Summanden. Wir haben hier ein x und hier ein x. Wir können ausklammern, ich klammere x n aus. Und haben wir mal in Klammern x n Quadrat minus 3, weil x n mal x n Quadrat ist x n hoch 3, und x n mal minus 3 ist minus 3 x n. Jetzt haben wir eine neue Gleichung. Und diese neue Gleichung können wir neu benennen. Wir machen wieder das gleiche Spiel. Typ, Tool. Typ ist hier eine Produktgleichung. Tool heißt Satz vom Nullprodukt. Satz vom Nullprodukt. Ein Produkt wird null, wenn einer der Faktoren null wird. Wir schauen uns also die Faktoren hier einzeln an. Das ist ein Faktor. Wenn x n null wird, wird das ganze Ding null. Und das ist auch ein Faktor. Wenn x n Quadrat minus 3 null wird, wird auch der gesamte Ausdruck zu null. Das heißt, wir setzen die Faktoren einzeln null. x n wird null und das hier wird null. Wenn x n null ist, dann haben wir schon unsere erste Null. Stelle. Easy. Und hier haben wir noch x n Quadrat minus 3 ist gleich 0. Jetzt könnten wir wieder Typ, Tool machen. Quadrat durch Mitternachtsformel. Können wir aber auch einfacher lösen. Einfach plus 3 und mit der Wurzel raufklatschen. x n Quadrat minus 3 ist gleich 0. 3 rüberziehen, haben wir x n Quadrat ist gleich 3. Dann ziehen wir noch die Wurzel. Und haben dann x n Quadrat ist gleich Wurzel 3 und x n Quadrat ist gleich minus Wurzel 3. Und das sind hier schon meine drei Nullstellen. x n Quadrat ist 0. Und x n Quadrat ist Wurzel 3 und x n Quadrat ist minus Wurzel 3. Das sind meine drei Nullstellen. Im Graphen der Funktion können wir das sehr schön sehen. Hier haben wir einmal 0 als x n 1. Das ist hier x n 2. Der Wert ist, naja, 1,732. Das ist ein Rundungswert für Wurzel 3. Und dann haben wir noch minus 1,732. Das ist ein Rundungswert für minus Wurzel 3. Das sind unsere drei Nullstellen. 0, Wurzel 3 und minus Wurzel 3. An diese drei Stellen schneidet der Graph der Funktion die x-Achse. Merkt ihr also gern diese beiden Steps. Step 1, f und x n ist gleich 0, die notwendige Bedingung. Step 2 heißt, löse die Gleichung. Um Gleichungen zu lösen, müssen wir dieses Vorgehen gut beherrschen. Welcher Typ liegt vor, welche Tool wendig an. Je nachdem, wie die Funktionsgleichung aussieht, wird der Step entweder etwas einfacher oder etwas schwieriger sein. Je nachdem, welche Gleichungstools du anwenden musst. Kann eine sehr schwierige Gleichung sein, die da zu lösen ist. Durchaus möglich. Oder wie in diesem Fall eine kleine Gleichung mit x in jedem Summanden. Klammern wir aus, wenden den Satz vom Nullprodukt an und sind fertig. Judy, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf dich. Lass dir gut gehen. Schauen. Tschüss. Dein Rick.